Moin, was geht? Exu hier. Heute wollte ich mal gerne mit euch über die Alpha reden. Die war ja am Wochenende omnipräsent. Naja, was heißt omnipräsent? Ja, die ist ja auch schon bei 700 bzw. unter 700 Average Viewern auf Twitch gelandet, in der kompletten Kategorie, was schon mal sehr ein großes Debakel für Sledgehammer Games und Activision ist. Aber mir ist eigentlich komplett egal, wie viel Viewer ein Game hat, es ist nur mal nice zu wissen, dass es halt vielleicht doch nicht so gut angekommen ist. Warum das der Fall ist, das klären wir heute. Natürlich weiß ich, dass sich einige Sachen noch ändern werden. Es ist nur eine Alpha, aber man muss auch ehrlich sein und sagen, es sind noch zwei Monate zu Release. Man kann kein komplettes Game jetzt umkrempeln. Ich sage immer, macht die Alpha doch ein bisschen früher. Hätten sie sie im Juni oder so rausgehauen oder auch schon im April, hätte man noch viel ändern können. Ich wäre dafür, Call of Duty macht eure Alphas, eure Betas viel früher, dann könnt ihr nämlich noch ein paar Sachen ändern. Wie gesagt, Kleinigkeiten werden sich mit Sicherheit noch ändern lassen, beispielsweise die Map oben, was auch schon angekündigt haben. Sledgehammer Games hat nämlich schon einen Tweet rausgehauen, wo sie nach Feedback gefragt haben und sie haben einen Tweet auch rausgehauen, wo sie schon gewisse Änderungen bestätigt haben. Falls ihr selber noch Feedback habt oder noch was erwähnen wollt, dann schreibt es gerne unter denen ihr Tweet. Die haben in der Vergangenheit sehr gut mit der Community zusammengearbeitet, also im Vergleich zu den anderen Entwicklerstudios. Haut da auf jeden Fall was drunter. Dann lass uns doch endlich mal anfangen. Also, am Wochenende hat man die PS4-Version gespielt, egal auf welcher Plattform, egal ob auf PS4 oder PS5. Ich hatte selber die PS5, hab aber die PS4-Version gespielt, weil es die PS5-Version noch gar nicht gab. Das Problem, was manche haben, die wissen das nicht, weil, bevor man das Game startet, steht drauf, PS5-Version oder auch allgemein oben rechts oder wo das auch immer steht, dass es ein PS5-Spiel ist. Ist es nicht, das war nämlich die PS4-Version. Das ist einmal wichtig zu erwähnen, weil viele meckern schon wegen der Grafik und da sag ich euch ganz ehrlich, wartet erstmal bis die Next-Gen-Beta online geht. Was ich hoffe, Gerüchte sagen ja, dass die PS5-Version in der Beta gar nicht zur Verfügung stehen sollte. Wir warten das erstmal ab. Spätestens, wenn die PC-Beta online geht, dann wissen wir, was für eine grafische Macht dieses Spiel hat. Lass uns doch direkt mit dem größten Kritikpunkt starten und es ist mal wieder SBMM. Ich hab euch das schon vor einem Jahr gesagt, SBMM wird niemals rauskommen. Es war auch noch nie außerhalb von Call of Duty. Es war damals nur abgeschwächt zu BO2-Zeiten. Da gab es, wie gesagt, auch schon Noob-Lobby-Glitches, also Protected Brackets und so weiter und so fort. SBMM wird niemals wieder rauskommen aus Call of Duty. Ich hoffe nur, es wird abgeschwächt, aber Call of Duty Vanguard hat die ein oder andere Schwäche, abseits von Scale-Based Matchmaking, die das Spielerlebnis schon sehr beeinträchtigen. Aber lass uns doch mal lieber darüber reden, anstatt wie fast alle Content-Creator rumzuheulen wegen Scale-Based Matchmaking. Der Modus Champion Hill ist eigentlich ganz cool. Für manche ist es wahrscheinlich der absolute Lieblingsmodus. Für mich taugt da nur zwei, drei Runden was, weil dann wird es halt einfach langweilig. Dann hat man das gesehen und dann ist das gut und meiner Meinung nach eignet sich sowas überhaupt nicht für eine Alpha. Dazu ist der Modus nicht ganz ausgereift. Da haben sie sich nämlich mal wieder nur halbe Gedanken gemacht, wenn man das so sagen kann. Man kann beispielsweise kein Geld droppen, es gibt kein Objective. Dieser Modus braucht ein Objective. Es gibt ein, zwei Karten, da steht man sich direkt gegenüber und kann direkt in den Spawn des Gegners schießen. Beziehungsweise bei einer Karte sieht man sogar beim Spawn den Gegner gegenüber, zielt auf ihn und wenn es dann losgeht, kann man direkt schießen. So eine Art Revolver-Cowboy-Match. Und da man kein Objective in diesem Modus hat, also als Objective dient nur dieses Extra-Leben, habe ich so ein Gefühl, das in der Mitte oder auf dem Turm liegt, ist immer unterschiedlich. Animiert das Spiel, die Leute zu campen. Es gibt eine Karte, wie gesagt, da steht man sich gegenüber und kann direkt schießen, wenn es losgeht. Die besteht aus so vier, fünf Wände, die auch zerstörbar sind. Aber es wird halt direkt an den Pfeiler, wird sich angelehnt und dann wird er richtig eklig gecampt. Es ist halt einfach wirklich schade. Ein Objective muss dieses Game haben, beispielsweise irgendwie Faden einnehmen oder so. Sowas würde ich mir noch wünschen, weil sonst macht dieser Modus wirklich keinen Spaß, weil da nur rumgeschimmelt wird. Wie schon erwähnt, das Spawn-System in diesem Modus ist sehr schlecht. Manchmal spawnt man einfach random irgendwo und auf einmal, bam, ist der Gegner schon da. Und das in einem 2v2-Modus oder 3x3-Modus ist schon sehr bedenklich, was das Spawn-System angeht. Ich habe schon schlimmste Befürchtungen für den Multiplayer. Wenn ihr angeschossen werdet, färbt sich die komplette Kamera in diesem Modus einfach komplett düster und dunkel. Ich hatte schon Befürchtungen, dass mein Monitor kaputt ist oder so, aber nee, es liegt wirklich an dem Spiel. Und da frage ich mich wirklich, welcher Entwickler ist darauf gekommen, um sowas gut zu heißen, um zu sagen, yo, sowas will die Community. Ich meine, das hatten wir schon mal in der Vergangenheit bei einem Call of Duty und da kam das auch nicht so gut an und wurde auch direkt behoben. Sledgehammer Games hat auch schon bekannt gegeben, dass das Ganze geändert wird, was schon mal sehr gut ist. Die Audio-Technik in dem Spiel ist absolut Schrott. Du hörst keine Fußschritte, du hörst gar nichts, du hörst einfach nur mal Explosionen. Manchmal setzt das Audio komplett aus, dann denkst du irgendwie, für ein, zwei Sekunden haben die den Bass komplett rausgedreht. Also ich hatte wirklich ein Katastrophenerlebnis mit dem Audio in diesem Spiel. Ich habe wirklich ein richtig gutes Headset, das Astro A50, ich habe mir das alles perfekt eingestellt. Also ich habe eigentlich perfekten Sound. Und diese Audio-Technik in diesem Spiel ist wirklich nur ein Debakel. Und da müssen sie auf jeden Fall nochmal ordentlich ran, dass das mindestens bis zur Beta besser wird. Das war diese ganzen Punkte, die wir jetzt kritisieren, was sie auch schon bekannt gegeben haben in diesem Tweet, was sie ändern, dass sie zur Beta verfügbar sind, dass man dann nochmal gucken kann, wie lässt sich das Ganze spielen und so weiter und so fort. Nicht, dass man das erst im Endgame hat. Was viele Konsolenspieler auch ärgern wird, ist definitiv das FOV. Es gibt nämlich kein FOV. Und ich versuche euch das mal ein bisschen nett zu formulieren. Ich denke auch nicht, dass ein FOV für Konsole kommen wird, weil es halt auf der MW-Engine basiert. Und für die MW-Engine gibt es halt keinen FOV-Slider. Deswegen denke ich auch nicht, dass da was kommen wird. Ich denke auch nicht für die PS5-Version oder für die neue Xbox. Ich glaube, da gucken wir ganz schön in die Röhre. Durch das fehlende FOV kommt einem das Movement sehr träge, sehr langsam vor. Ich habe aber mal ein bisschen rumprobiert, um Bunnyhoppen geht, Slidecanceln geht, was ein sehr positiver Punkt ist, weil durch das Movement wird nochmal unterschieden zwischen guter und sehr guter und richtig guter Spieler. Mit Movement kann man in Call of Duty sehr viel rausholen und ich finde es sehr gut, dass diese Dinger wieder drin sind. Zu dem Movement werde ich nochmal speziell meine Meinung abgeben, wenn die PC-Beta online ist, wenn man dann einen verfügbaren FOV-Slider hat, weil ich wie gesagt nicht glaube, dass bis zu der PS5-Beta, wenn es überhaupt eine PS5-Beta gibt, ein FOV vorhanden sein wird. Ein ganz großes Problem ist auch, dass Spielernamen durch die zerstörbaren Wände scheinen. Das ist wie so eine Art Wallhack, müsst ihr euch vorstellen. Und die Spielernamen, die ploppen im Allgemeinen sehr früh auf. Wenn ich zum Beispiel hinter einem Fass sitze, der Gegner pusht mich, der sieht da schon meinen Spielernamen. Das müssen sie auf jeden Fall wegmachen, das ist nicht ganz so gut gemacht. Mal wieder sind auch die Waffen sehr schlecht geballingste. Sagt ihr wahrscheinlich, yo, alter, chill mal, das ist eine Alpha, da wird sich doch noch was ändern. Natürlich wird sich da was ändern, aber in den letzten Call of Duty, eigentlich schon immer in Call of Duty, hatten wir sehr schlechte, geballingste Waffen. Ich hoffe, dass Sledgehammer das vielleicht dieses Jahr ein bisschen besser hinkriegt. In der Alpha war die Bar komplett overpowered, jeder hat die Bar gespielt. Ein absolutes Biest, dieses Drecksviech. Das ist geisteskrank, wie das abrasiert hat. Da müssen sie auf jeden Fall mal anknüpfen. Und ich hoffe, sie setzen sich wirklich mal hin mit Leuten, die ihre Arbeit vielleicht ein bisschen besser machen. Die abseits von Call of Duty agieren, beispielsweise J.Gore, True Game Data, da sind sie auch immer öffentlich bei Twitter ein bisschen so am Schreiben, hören sich das ein bisschen an, finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Aber dann setzt es doch bitte gerne um. Was mich auch tierisch aufgeregt hat, waren die Visiere und die Fadenkreuze. Wenn man zielt in einem Visier, geht das Fadenkreuz komplett mit nach links, komplett mit nach rechts, komplett mit nach oben und nach unten. Manchmal hat man das Glück, dann ist das Fadenkreuz gar nicht mehr da. Herzlichen Glückwunsch. Das muss unbedingt noch geändert werden. Das gleiche Problem hatten wir letztens in Warzone mit der OTS. Da war die auch komplett unbrauchbar, weil man halt immer so weggebackt ist mit dem Fadenkreuz. Das müssen sie auf jeden Fall noch mal ändern. Wenn das im Endgame wirklich so sein sollte, wie es jetzt der Fall war, dann ist man wirklich sehr eingeschränkt, was das Movement angeht und was schnelle Reaktionen angeht, weil man dadurch nur benachteiligt ist. Dann hatte ich ein Visier auf der Bar. Das sah aus wie ein VLK- oder ACOG-Visier. Das war sehr krisselig. Ich blende euch das mal ein. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ich zoome auch noch mal ran. Ich versuche, das euch so bestens wie möglich klarzumachen. Hinter diesem roten Punkt ist es ganz schwarz-krisselig. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Soll das ein bisschen realistisch sein? Weil wenn das aus Versehen ist, muss ich wirklich fragen, äh, hallo? Testet ihr eure Spiele nicht? Das ist hinter dem roten Punkt ganz schwarz-krisselig. Ganz weird. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Die Brandmunition im Spiel, manche finden es geil. Ich finde es beispielsweise voll beschissen, weil, ich blende euch das hier mal ein, wenn ihr schießt, wisst ihr gar nicht mehr, wo ihr hinschießt. Wenn die Schüsse connecten, das ist da eine aufgewirbelte Scheiße. Das müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen patchen, dass ein bisschen so diese Feuer, dass ein bisschen die Brandmuni so ein bisschen den Radius verliert von der Animation. Overpowered ist die bis jetzt ja sowieso. Also Brandmunition in allen Waffen ist eine Katastrophe. Meiner Meinung nach muss sowas raus. Ich möchte sowas nicht haben, weil es sehr, sehr noobfreundlich ist. Du schießt jemanden an und kriegst da noch ein, zwei Hits geschenkt. Ich hoffe, dass es da noch ein Extra für gibt. Beispielsweise Splitterschutzweste oder irgendwie Kevlarweste, die das Ganze verringert, diesen Brandmuni-Schaden, weil das stelle ich mir wirklich nervig vor. Du wirst angeschossen und kriegst da noch ein paar Hits hinterher. Also das macht einem wirklich keinen Spaß. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was sie damit machen möchten, weil sie wirklich halt mega overpowered ist und damit sehr noobfreundlich ist, leider. Da werde ich aber explizit meine Meinung nach der Beta nochmal kundgeben. Genug gehatet. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die ich so ein bisschen neutral gegenüberstehe. Das ist einmal die Minimap. Die Minimap sieht sehr schön aus, sehr schön bunt, gefällt mir alles super gut, aber sie ist halt sehr unübersichtlich gegenüber der grauen alten Karte, die man aus Cold War, Warzone, Modern Warfare kennt. Da müssten sie vielleicht nochmal ein bisschen rumfeilen, dass die Umrandungen oder die roten Punkte nochmal ein bisschen kräftiger sind, dass man das Ganze nochmal ein bisschen besser einordnen kann, wo jetzt genau der Gegner steht. Da haben sie auch schon was zu bekannt gegeben. Da werden sie sich nochmal hinsetzen und nochmal ein bisschen ran rumfeilen. Ich hoffe bis zur Beta. Die zerstörbaren Objekte finde ich bis jetzt gar nicht verkehrt. Ist ein nices Feature, also mich stört es nicht. Ich brauche das nicht unbedingt, aber bis jetzt fuckt mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, wenn irgendein Camper hinter so einer Mauer steht und mich abäimen will, dann rotze ich da einfach durch und Feierabend. Muss man abwarten, wie sich das im 6 gegen 6 Modus verhält. Zerstörbare Objekte, wie beispielsweise die Fässer oder die Holzbarrikaden, dass man die zerstören kann, finde ich sehr, 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 sehr gut, weil man direkt Hacklitches rausnehmen kann, um das Spielgeschehen ein bisschen zu lockern, dass die Leute sich auch mal bewegen und nicht nur hinter so einem blöden Fass aufgestützt sitzen. Ist auf jeden Fall ein sehr positiver Aspekt, wo wir gerade schon beim Auflehnen sind. Lass uns doch einfach mal über das Blindfire reden, denn das ist ziemlich nützlos, was auch sehr positiv ist, weil es eine loopfreundliche Mechanik ist. Eine kurze und knackige Zusammenfassung, bitte so lassen, denn es bringt halt wirklich absolut gar nichts. Das extra Geist funktioniert nur, wenn er euch bewegt, finde ich sehr gut, war auch in Cold War der Fall, in Warzone bis jetzt leider noch nicht. Bitte packt das genau so, wie es jetzt ist, auch in Warzone rein. Das würde in Warzone auf jeden Fall das Camp minimieren, diese ganzen Roofcamper, die würden mal ein bisschen, die müssen sich dann auch mal ein bisschen die Beine vertreten. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Das Geist so funktioniert, wie es jetzt ist, ist auf jeden Fall super in Vanguard. Ja, das war auf jeden Fall mein Fazit zu der Alpha. Ich hoffe, da wird sich noch einiges ändern bis zur Beta. Wir warten einfach mal ab. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr die Alpha fandet, egal ob als Zuschauer von einem Stream, von einem Video oder wenn ihr sie selber gespielt habt über die PS4, PS5. Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben auch schon im Discord ein bisschen geredet über die Alpha. Manche finden sie gut, manche nicht. Falls ihr Discord habt, kommt gerne in den Discord, da kann man auch mal zusammen spielen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin Exo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.